Nicht ja und nicht nein. Okay, ja, kein Problem. Wahrscheinlich die erste Sache gleich ja, nein. Hallo Marina. Hi. Geht's dir gut? Ja, mir... Das gibt's ja nicht. Mir geht's sehr gut, ja, danke. Dann starten wir doch mal, oder? Ich bin da offen für, dass wir starten. Welche beiden Wörter darfst du in diesem Spiel noch mal nicht sagen? Bist du in Bochum geboren? Ich denke, Ruhrgebiet ist der falsche Begriff. Ich bin aus dem Münsterland, ja. Aus dem Münsterland? Ja. Ah, das ist ja... Bocholt? Diese Antwort ist korrekt. Bocholt liegt an der belgischen Grenze. Das ist nicht richtig. An der niederländischen? Das ist korrekt, ja. Ah, das gibt's ja nicht, ey. Hauptsache Niedersachsen, oder? Wenn du das sagst. Oder NRW? Vielleicht tendenziell eher. Was ist denn dein Lieblingstier? Ganz kurze Zwischenfrage. Ich mag Elefanten. Elefanten? Mhm. Wirklich? Das ist korrekt, ja. Die sind auch niedlich. Ich find die auch ganz cool. Kommen wir mal zum Sportnissen, okay? Ich stimme zu. Heute schon trainiert? Ich werde gleich zum Training fahren. Gleich. In fünf Minuten. Deine erste Profi-Station war beim FCR Duisburg. Das sehe ich richtig, ja. Ah, wie hohl ist das? Wie oft sagt man eigentlich unbewusst? Ja. Ja.